Ich zeige euch mal ein paar typische Probleme. Jetzt steht da sehr gut. Jetzt verlagern wir mal zur Seite. Erstmal lag er so noch. Jetzt macht er das gut. Ein Problem wäre, einige verlagern und ziehen das Becken so hoch. Ja, oder den Po. Erstens der Innenstädte, zweitens macht er das verspannte Rücken, weil die ganze Kraft geht hier. Das heißt, er müsste sich richtig setzen. Ja, hier flach machen. Jetzt ist er nicht mehr so leicht angreifbar, weil er sich verbunden hat. Ganz alles eine Einheit. Die Leiste ist entspannend. Sobald er diese Leiste Spannung reinbringt, merkt er sofort, er ist ja nicht mehr geerdet. Er schießt die Energie hoch, also er bringt die anderen Zielen. Wenn manche, die sich hier drehen, drehen, dann seht ihr das Knie hier raus. Das ist nicht so schön für das Knie, aber stabil ist man da auch nicht mehr. Das entspricht nicht dem Knie. Das Knie ist Richtung 10. Hier habe ich Kugel. Die anderen machen hier das. Das ist auch nicht so toll. Das steht auch nicht toll aus. Andere lassen das Knie hier, dann verlagern sie und lassen das Knie da. Ein paar Kandidaten. Das ist nicht die Idee. Wenn das Knie hier so war, dann ist das kein Problem. Wenn die zu weit verlagern, merkt er übers Knie, dann ist das instabil. Also so, dass hier noch gut drin sind. Manche Verlage, die Frage ist, die müssten ja nur so das Bein belasten. Man könnte das jetzt sehr aufschlüsseln mit den ganzen Leitbahnen. Das würde ich jetzt nicht befordern. Müsst ihr mir einfach mal so glauben. Aber wenn er hier hart wird, dann ist diese Struktur nicht mehr möglich. Also er versucht, die innere Verbindung zu finden, die inneren Muskeln, die Tief, die Linnmuskulatur. Am Anfang ist es die äußere, dann ist es die innere, dann ist es das innere der Knochen und dann ist das Boden der Gelenke. Ja, und er merkt dann, dass ich entspannt unter meinem Druck gelassen und seine Leistung ist. Da ist er sehr, sehr viel stabiler selbst, als wenn ich ihn hier oben stresse. Das ist ja nicht so einfach auszunehmen. Ja. Und selbst in die Richtung, die er schwach sein sollte, ist er gut. Eine gute Einheit. Die ist locker. Von daher macht er es natürlich locker. Aber das ist das Prinzip der Drehung. Wenn ihr es nicht habt, dann seid ihr nie mit dem Unterbord. Richtig ständig raus und viel Stress geht. Deswegen geht es normalerweise noch vor dem Zentrum um die Stufe der Erde. Wenn ich im Zentrum habe was hier so. Auch wird das Zentrum nicht genähert. Das ist ganz witzig. So ein Zentrum, was du zwar einsetzt als Schwung machst, dann ist Schwung nach so ein Zentrum. Aber keines, was wirklich... Das merkt ihr irgendwann, wenn ihr so steht, ja. Schwung macht und dann gut verbunden seid. Dann sieht man gut schon, natürlich wie ein Tor, da kommt was hoch aus der Erde oben. Und das macht was mit euch, ja. Dann kommt man gut durch Energie von oben und mit der Erde verbindbar ein. Das Zentrum ist nicht nur so eine abgekoppelte etwas. Ja. Dann sind wir zwischen den Erden, der Tenshi nahe und der Erde so. Und wenn man sich damit verbindet, passiert was mit beiden. Das merkt man. Dann gibt es ganz viel auch so Potenzial oder so. Oder so eine Bereitschaft, die wir so in Kraft hineinbringen. Also versucht das mal, nochmal für euch. Das ist für mich wirklich eine der Basisübungen. Und egal ob man Chigong macht, Tai Chi, Aikido, Karate. Letztendlich, das ist eine Übung, die wir überall wieder finden. Oder schwer, ja. Entspannend. Lernt euch zu erden, entspannt zu gehen. Der Rumpf. Nicht, dass diese überstresstes Stehen ist nicht. Auf den Stuhl. Als ob ihr am Tisch sitzen. Dann könnt ihr, klar, dann könnt ihr auch. So, nochmal. Okay. Das heißt, du musst eine Leiste öffnen, andere schließen. Genau. Jetzt hast du einen schönen Bogen. Ja. Genau. Und überdreh dich, weil jetzt bist du mit dem Schultern schon dabei. Mit dem Kopf. Okay. Jetzt bist du hinten. Ja. Das ist der Punkt draus. Das müssen wir nur hier reinsetzen. Ja. So. Und wenn du das jetzt sozusagen der Sitz und nicht ganz richtig lang machst, ne? Ja. Ja. Jetzt. Oder wenn du die Leiste vorne hart machst. Ja. Du spürst das, ist sehr einfach zu spüren. Ja. Wir könnten das jetzt testen, aber das haben wir letztes Mal auch viel gemacht. Ja. Wir könnten das jetzt testen. Ja. Das ist auch viel mehr zu glauben. Das ist der Fall. Ja. Und dann einige haben schon die richtige Armhaltung oder eine richtige Armhaltung eingenommen. Und jetzt habt ihr dieses Gerüst und ihr habt die Möglichkeit Energie in die Arme zu bekommen, weil ihr euch gut zu tun habt. Ihr habt die Würfelsäule wirklich vom Steißbein bis zum Kopf als eine Einheit. Und die Schultern liegen auf dem Becken, rollen nicht nach vorne und die Schulternester sind entspannt über den Leisten. Da bleiben sie auch. Ja.